So, Map Space Marine, 1 vs. 1 gegen Hellhaut und ja, den muss ich jetzt erstmal fertig machen. Wir haben eben schon eins gemacht, wo ich verkackt habe und da habe ich irgendwie Fraps vergessen zu starten. Aber das steht ihm auf jeden Fall zu. Da hat er mich eben 18 zu 10, glaube ich, kaputt geschossen. Ah, Alter, aber jetzt hakt hier mein Rechner. Was soll denn das hier? Das gefällt mir nicht. Boah, Alter, der war gut. Der war sehr gut. Na, na, wo steckst du? Wo steckst du? Wo steckst du? Gravitation minus 30, hörst du mal auf? Ah, wahrscheinlich liegt es daran. Scheiß Gravitation, das macht immer ziemlich viele Lacks aus, ne? Wenn ich jetzt noch Fraps anhaben mit Gravi, dann ist ja klar, dass der das hier kaum noch hier gut hinkriegt, ne? Na, komm, 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 Hellhaut, ich will dich killen. Ach, da bist du schon. Haha. Juhu! Kadisch, kadums, kadim. Und kabumm. Und noch ein, und noch ein, und noch ein. Scheiße, reicht nicht. Alter, ich muss mal die, die Gravi jetzt wieder gerade machen hier, damit das nicht mehr so schlägt hier. So. Muss ich jetzt mal gucken. Auf irgendeiner Seite waren die für mich. Komm doch, komm doch, fang mich doch, fang mich doch. Ah, das ist auch schon wieder minus. Ah, ne, das ist plus. So, jetzt wieder gleich. Wo steckt der? Der war doch eben hier. Haha, Gravitation. Hahaha. Hättest du wohl gerne. Aber jetzt läuft das auch gleich wieder anders hier. So, 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 Hellhaut. Fast. Ganz knapp. Leider nicht. Alter, Alter. Komm. Ach, genau daneben geworfen. Komm schon, komm schon. Shit, jetzt hat er mich. Okay, jetzt machen wir mal hier Kamikaze ran, ne? Also. Voll drauf. Nein. Alter, warum trifft der Scheißer nicht? Das ist bei mir nach jedem Scheiß-Update so von Brickfoss. Warum auch immer. So. Endlich mal. Ab nach oben. Ha? Der ist über mir. Ich wusste, dass du kommst. weiter, 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 weiter. So. Jetzt komm ich. Das kann ja wohl nicht sein. Oh Mann, er hat mich schon gesehen. Dann gehen wir mal ganz nach oben. Er kommt bestimmt gleich hier irgendwo. Oha, da ist er, da ist er, da ist er. Genau in die Falle gelaufen. Tja, das war ja wohl nix. Toll. Ich hätte dich vielleicht trotzdem noch gekillt. Nein, du musst natürlich die Falle nehmen. Das mag ich ja gar nicht. Jetzt erwartet er mich da unten, nicht da oben. Nein, hat er mich schon wieder. Ich muss mir mal auch eine Fünf-Sterne-Waffe kaufen. Die sind nämlich ganz gut. Vor allem, wenn man gegen einen spielt, der selber einen hat. Na, na. Komm, put, 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 put. Da oben ist er. Mist. Mist. Noch eine Minute. Ach, knapp, knapp. Komm schon. Oha. Genau richtig aufgetaucht. Oha. 33 Sekunden noch. Komm. Wer macht den Kill? Hörst du mal auf damit? Nein. 4, 3, 2, 1 und verschissen, würde ich da mal sagen. Ja, Map Space Marine von mir gegen Hellhaut. Und er hat gewonnen. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir.